Die 25. German Open und wir haben wieder ein Champion und zwar Gold im Jungpferdeprogramm. Der Fünfjährigen in der Basis. Linda Leckewohl-Stark. Auf Dress to be Lucky ein Fünfjähriger Wallach von Dress by Red und im Besitz von der Familie Belzer. Perfekt abgeliefert, sauber. Wir haben dich ja schon öfters mal hier gesehen im Interview. Du bist aber mit dem Pferd auch im Zwoten. Genau, wir haben Gold in der Basis geholt und Silber im Trail. Da hatten wir auch zwei Ticks, also war das ganz berechtigt. Okay, gut. Manchmal kann man ja hoffen, dass die anderen ein bisschen schlechter waren, aber nächstes Mal hast du zwei Penalties. Genau. Also ich habe ganz klar die Fehler gehabt und schlechter ist hier auf der DM weniger. Also hier muss man wirklich fehlerfrei sein, um vorne zu landen und ich freue mich auch sehr über Silber. Okay, dann mal kurz ein paar Infos zu dem Pferd vielleicht noch. Im Besitz der Familie Belzer wird auch von der Besitzerin Katja selber ein Pleasure on Jungpferde bei uns im Rheinland vorgestellt. Ganz tolles Pferd, was besonders ist an ihm ist halt, der war dreijährig verletzt, wurde dreijährig operiert, hatte eine Fistel im Knie. Und es war nicht sicher, ob er jemals reitbar wird. Und das ist natürlich ein toller Erfolg, dass er jetzt als Sportpferd doch einsetzbar ist. Und er ist auch tatsächlich erst vierjährig angeritten worden durch diese Verletzung. Und das ist natürlich schon mal noch was Besonderes, wenn ein Pferd, was quasi hinten dran ist, aber trotzdem durch seine Qualität auffällt und trotzdem dann noch mithalten kann. Das freut uns natürlich sehr. Das sind immer so richtig schöne Erfolgsgeschichten, die dann das Leben und das Reiterleben so schreiben. Genau, also die Familie Belzer damals, als operiert wurde, hat wohl die Klinik angerufen und gefragt, ob er eingeschleifert werden soll, ob sie weitermachen sollen. Sie hätten, glaube ich, nie daran gedacht, dass hier jemand Sportpferd wird und dann noch so erfolgreich. Das freut mich natürlich sehr. War damals die richtige Entscheidung, definitiv. Genau, also der Tierarzt ist auch total happy. Wir haben auch schon den Tierarzt gedankt und so. Und wir sind total happy, ist ein tolles Pferd und macht super mit. Ja, danke, Linda, dass du noch kurz die Zeit gefunden hast für ein Interview und dann alles Gute für dich für die Zukunft. Ja, danke schön. Ja, danke schön.